Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen heute das thailändische Horrorspiel Araya. Ja, Araya. Ich habe es schon bei einem anderen Let's Player gesehen und ich muss sagen, ich war hellauf begeistert und wollte dieses Spiel doch auch mal spielen. Es handelt um ein Hospital und ich glaube Araya. Und ich will nicht lange drüber erzählen oder reden. Ich will spielen. Auch wenn es komplett auf Englisch ist, ich probiere es einfach mal für euch. So, da wären wir auch schon in unserem Krankenzimmer, was wir auch immer hier zu suchen haben. Und wir haben keine Bettdecke. Okay, das ist schon Horror. Kann man hier irgendwas... Kann man leider nicht. Die Blumen sehen komisch aus. Und die Gute wackelt ein bisschen. Oh, Game Save. Kann ich auch rennen? Nee, ich schleiche rum. Linker Mausklick. Wow. Stück Papier. Rotation. Ah, I'm going to... Ich gehe was zu trinken kaufen bin. Gleich zurück. Alles klar. Nein, ich wollte raus. Okay. Grafik ist schon mal... Macht da jemand geschrien? Grafik ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier Feines? Achso. Ah, da sind... Okay. Part of and set of five. Okay, das scheint ein Glücks-Amulett zu sein. Und es gibt fünf Stück. Okay. Ja, ja. Es donnert. Hallo, wer weint da? Cool. Ah, okay. So macht man es auf. Eine Toilette. Die wie immer sauber ist. Okay, sehr gruselig. Neh, nehme ich eigentlich den Ton noch auf? Ja, doch. Fünf Menschen wurden brutal ermordet in einer Tragödie. Oder so in einer schrecklichen Tragödie. Tür. Hallo. Okay, cool. Achso. Lass mich irgendwo scheißen. Darf ich jetzt raus? Nein. Okay. Ich bleib hier drin. Ich kack weiter. Was? Such dir eine eigene Toilette. Achso, ja. Ich muss ja gedrückt halten. Warum ist hier ein Willkomms? Alter. Toll. Es ist Licht aus. Kann ich eigentlich die Schränke hier unten? Schränke? Nipp. Schränke kann ich nicht. Kann ich rennen oder sowas? Wir lachen da. Alter. Mach die Tür zu. Komm. Achso. Ich bin... Uh. Alter, war das laut. Also ins Dunkle gehe ich nicht. Nee. Nö. Können vergessen. Ich gehe doch nicht ins Dunkle. Habe ich eine Taschenampel? F? Nö. Vielleicht L? Nö. Auch nicht. Gut. Oh, ey. Okay. Verschlossen. Schade. Lasst mich rein. Kann ich... Ey. Warum lacht die Alte? Also seitlich laufen ist... Ja, echt. Schlecht. Was haben wir hier? Einen... Brief. Okay. Verstehe ich nicht. Kann ich das irgendwie öffnen? Ein MT. Ich würde ja jetzt in mein Lexikon gucken. In mein Dune. Warum ist die Musik so... Uh. Alter. Kommt näher her. Ich brauche keinen. Ich kann laufen. Alter. Aber... Nee. Nee. Ich lasse es einfach so. Ich gucke nachher. War das besser. Bedeutet. Was ist das für ein Treppenhaus? Oh. Toll. Ein Keller. Oder wie? Natürlich. Habt ihr das gesehen? War das ein Bug? E. E. Mit E interagiert man. Kayako? Was? Glaubst du flüstern? Lass mich rein. Ja, lass mich runter. Na toll. Kleiner Fahrstuhl. Ich hoffe, es kommt hier. Nichts. Lichtbett bitte an. Nicht ausge... ja. Ist das? Na toll. Sind wir jetzt bei der Brutetage. Ok. Sieht sehr freundlich aus. Kann man hier irgendwas machen? Also wenn sie seitlich läuft, ist ja echt... Schrecklich. Ich kann aber auch nicht rennen, oder? Ups. Ich hoffe, das sieht man nicht. Cool Nachrichten. Ja. Ja. Versteht man überhaupt gar nicht. Untertitel. Ich hab da Untertitel eingestellt, oder? Moment. Ja. Nein. Ja. Ist okay. Ja. Ist alles... Und da... Ja. 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 Warte. Krauchen? Ja. Ach. Okay. Das ist er... Okay. Ball. Ich steh auf dem Ball. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich steh auf dem... Ist auch verschlossen. Kannst du langsam die Tür aufmachen. Ich würde gerne was trinken. Okay, so springe ich rüber. Ach, ich dachte schon, ich war falsch. Oh, hier entwickelt die Rollstuhl ihr eigenes Leben. Hallo. Was, ich muss da hin? Ich darf fotografieren. Ach schade. Ach, der Schatten. Ich würde gerne rennen. Was? Was? Lass mich doch rein. Warum bewegt sich die Tür? Ich habe ein bisschen Schiss. Lass mich raus. Lass mich raus. Bitte. Wieso spiele ich immer sowas? Ich will hier noch nicht sterben. Lass mich. Renn weiter. Renn. Was machst du da? Was machst du da? Oh oh. Zappel, Philipp. Du erinnerst mich an ein... Wimmelbild, was ich gerade zocke. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Nein. Nein, komm. Guck mal. Da gibt es was zu trinken, weiter weg. Huh? Äh. Äh. Standbild. Okay. Oh. Marisa. Kapitän Heinz. Okay. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumours coming from people who passed by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. The last time I saw Arya was here, years ago. That day, she mysteriously disappeared. But then, the other day, I received a message from Arya saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight. Oh, no. Ach, nö. Na toll. Wir sind Marisa jetzt, wie ich es richtig mitbekommen habe. Und unsere Freundin Araya war vor Jahren in diesem wunderschönen Hospitall. Das da. Und ist spurlos verschwunden. Und was machen wir natürlich, anstatt Horrorfilme oder Pornos zu sehen? Nein! Wir suchen jetzt Araya, weil wir eine SMS von ihr bekommen haben. So nach, ja. Ganz toll. So. Was willst du von mir? Äh, das Hospital wurde geschlossen für... Ja, Wiederaufbau vielleicht. Und du kannst... Ja, 666, ja. Die Nummer des Teufels. Ruf mal an. Ah, die Grafik ist geil. Oh. Finde. Und wir müssen ins Krankenhaus. Das ist noch toll. Na, Bachmann, kennst du da drüben? Kann man gerade zoomen? Hat er eine Tüte über den Kopf? Ich glaube, da hat er eine Tüte über den Kopf. Ne, doch. Ich habe es eigentlich nicht gesehen. Danke, Blitz. So, wir wollen... Ich glaube, da geht es lang. Wir gucken uns aber natürlich hier erst mal um. Da ist das Bau. Was heißt denn das? Konstruktion. Moment. Ich habe mir extra ein Duhn hierhin gepackt. Oh, danke fürs Licht. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Eins. Hat es ja ziemlich gut. Ich lerne jetzt nebenbei Englisch. Da. Da. Jetzt brauche ich nur noch Tee. Tee, 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 Tee. Kunst. Okay. Ich habe es nicht verstanden. Gebäude. Konstruktion. Okay. Ich glaube, ich lasse das mit dem Lexikon. Duhn meinte ich. Was will ich mit dem Lexikon? Schön, dass wir jetzt endlich rennen können. Haben wir hier was mit Mühe? Muss ich jetzt... Ein Mann? Da ist... Da ist ein Kerl. Drin gewesen. Muss ich jetzt immer mit der linken Most-Taste agieren oder mit E? Haben wir hier was Kleines? Ich will da rein. Eigentlich will ich nicht da rein, aber... Mach ich Geräusche? Nö. Gut, dann müssen wir... Hier hoch. Tenten brennt Licht. Gehe ich zum Licht. Ich hoffe, Toni nimmt mich immer noch auf. Jeppu, scheiße. Und es blitzt und donnert. Mh, lecker. Eine Freunde. Ups. Die hockt sich ja gewalttätig hin. Was soll denn das sein? Eine Taschenlampe. Ein Handy, meinte ich. Yay. Zebras. Und ein Hund. Das ist gute Frage, was mit dem Schrein ist. Oder was soll das mit dem Schrein? Alter. Das ist ein Raptor. Boah, der ist ganz schön laut, oder? Ich hoffe, ich bin nicht so leise. Ja, ja. Das ist ein Raptor. Machst du noch was? Du, jetzt bist du leise, ne? Gut, wir haben eine Taschenlampe. Und drüber. Wir dürfen sicher irgendwann mal so einen Jumpen ran machen. wieder mal vor ihr wegrinnen. Vor, ich nenne sie mal Karyaku. Was war denn das? Hat jemand seinen Rücken eingerenkt? Oh, ja, grauche. Guck mal, meine besten Freunde. Ich bin nicht alleine. Sie folgen mir. Warum spielt denn jetzt schon wieder diese Musik ab? Ja. Okay. Und Sitzbick. Die sehen ja komisch aus. Oh, ich sollte mal Taschenlampe anmachen, ne? Dann seht ihr auch was. So, und wieder kauchen. Drüber. Spring. Und nochmal spring rüber. Na, komm. Krankenhausbett. Mhm. Ist hier. Da steht jemand. Da. Kayaku. Ich hoffe, die springt mich jetzt hier unten nicht an. Hey. Du. Komm, wir fragen mal nach. War Haria? Was ist das? Das hat sich aber ganz schön nah angehört gerade. Okay. Da scheint... Aber woher willst du wissen, dass es Haria ist? Aria? Ich meint Araya. Aria ist ja... Ja. Na toll. Jetzt sind wir auch noch drin. Okay. Safe. Ich würde sagen, ich mach hier... Ja, hab ich an. Mein Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Entstehung. Es ist rein.